Video Post von Krausini Tag 5 aus dem Tagebuch eines neuen jungen YouTubers Hallo mein liebes YouTube Tagebuch, YouTube ist ja schon ein verrücktes Teil. Ich habe heute den Kanal einer gewissen Katja gefunden. Die sagt immer, dass sie sich ausziehen will und dann soll sie jemanden vollspritzen. Ah, wie doof ist das denn? Wer lässt sie denn freiwillig vollspritzen? Soll das einer dieser Art dieser Pranks sein? Leider zieht sie sich nie aus, aber ich glaube sie schämt sich einfach, weil sie so eine schwere Krankheit hat, bei der so große Schwellungen am Oberkörper auftreten. Naja, tschüss, bis dann. Krausini-Slohn. Vielleicht schreibe ich irgendwann nochmal weiter Tagebuch, das müsst ihr aber dann auch schon wollen. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Krausini-Slohn.